Wir werden jetzt über eine Spinne sprechen, die eines der schmerzhaftesten Bisse hat und euch in der Wüste verfolgen wird. Und hier haben wir die kleine Übeltäterin, bitten wir die Dame mal raus zu kommen. Es handelt sich hierbei um eine Walzenspinne und ich gucke jetzt, ob sie aggressiv ist. Wie man sieht, ist die feine Dame überhaupt nicht aggressiv. Und der Grund, warum diese Spinne in der Wüste hinter uns herrennt, ist ganz simpel. Die Wüste ist zu heiß und die Spinne möchte gerne in unseren Schatten stehen. Hier habe ich noch ein paar süßen Aufnahmen, wie die Kleine trinkt. Und es handelt sich hierbei nicht um eine Spinne oder einen Skorpion. Die Bezeichnung lautet Solpugit. Und bedeutet, die vor der Sonne flieht. Folg mir, wenn du keine Angst mehr vor Spinnen haben willst oder für mehr Infos.